Eins ist klar, Signal Iduna ist der Familienversicherer in Deutschland. Warum? Ein optimaler Kindergesundheitsschutz, Kindervolltarife für wenig Geld und vieles mehr. Heute möchte ich Ihnen als Vermittler unseren unschlagbaren Kindergesundheitsschutz nahelegen. Die bestmögliche medizinische Versorgung für die Kunden von morgen. Damit können Sie als Vermittler bei den Eltern so richtig punkten. Mein Name ist Dennis May. Ich bin Key Account Manager bei Signal Iduna und Ihr Ansprechpartner in Sachen PKV. Ich bin selbst Papa und eines weiß ich, Kinder brauchen Liebe und Zuwendung und ganz viel Sicherheit. Wir von Signal Iduna haben für die Kinder von gesetzlich versicherten Eltern den ausgezeichneten Kindergesundheitsschutz geschaffen. Damit sichern sich Mama und Papa die beste Behandlung für ihr Kind und schützen sich selbst wohlgemerkt vor hohen Zuzahlungen. Denn eines ist sicher. Im GKV-Schutz bei Kindern gibt es zahlreiche Lücken. Beim Arzt, im Krankenhaus, in der Naturheilkunde, beim Zahnarzt und vielem, vielem mehr. Und das hier sind die wichtigsten Bereiche der KV-Zusatz aus Sicht der Eltern. Ja, das Mädchen hier zeigt es schon richtig an. Die Zähne sind ein großes Thema in der Kindheit und Jugendzeit. Kieferorthopädie oder vielleicht sogar Zahnersatz, das kann Unsummen kosten. Auch die alternativen Heilmethoden für Kinder werden ja immer beliebter. Oder im schlimmen Fall, wenn das Kind ins Krankenhaus muss, dann will ich doch als Vater oder Mutter die beste Versorgung in Form von freier Arzt- und Krankenhauswahl, Rooming-In und einem komfortablen Zimmer für mein Kind. Aber beginnen wir mit diesem Beispiel eines Bestandsversicherten. Für eine kieferorthopädische Behandlung müsste Ihr Kunde für sein zwölfjähriges Kind ohne Signal Iduna fast 6.000 Euro selbst bezahlen. Bei Absicherung unseres Zahntop Pur zahlt Ihr Kunde nur 585 Euro und dem Zahnexklusiv Pur sogar keinen einzigen Cent. Überzeugt? Zweiter Tarif des Kindergesundheitsschutzes ist der Ambulant Plus Pur. Wieder ein Praxisbeispiel. Eine Heilpraktikerrechnung mit geringem Eigenanteil oder eine Brillenrechnung ganz ohne Selbstbeteiligung. Ja, und unser beliebter Klinik Plus, der macht den Kindergesundheitsschutz komplett. Für, halten Sie sich fest, 2,97 Euro gibt es für das Kind freie Krankenhauswahl, freie Arztwahl, wahlweise Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer, Rooming-In eines Elternteils und vieles mehr. Und das Beste? Den kompletten Kindergesundheitsschutz von Signal Iduna samt bestmöglicher Absicherung im Krankenhaus, ambulanten Leistungen wie Naturheilkunde, kieferorthopädischen Leistungen und viele mehr gibt es für 25,76 Euro im Monat. Besser geht's nicht. Doch, denn Sie benötigen dafür nur einen einzigen Antrag, nämlich diesen hier. Also, wenn das Kinderabenteuer mal im Gips endet, wenn Pusten nicht alles wieder heilt oder die Zahnfee mal Helfer braucht, wir von Signal Iduna sind da. Wir sind füreinander da. Bis zum nächsten Mal, Ihr Dennis May. Bis zum nächsten Mal, Ihr Dennis May.